Die Medica ist in diesem Jahr so groß wie noch nie. Über 4.900 Aussteller aus 70 Nationen stellen ihre Produkte und Dienstleistungen hier auf der Messe aus. Wie es für sie läuft, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir als Jerry schätzen an der Medica vor allem, dass wir hier neue Kontakte, interessante Kontakte knüpfen können, bestehende Kontakte ausbauen können und auch sehr viele neue Informationen im IT-Umfeld kriegen. Auch im Hinblick auf die neue Gesundheitskarte gibt es hier auch immer wieder neue, interessante Informationen und neue Kunden-Klientele. Die Medica, da sehr interessante Kundschaft da ist, weltweit und zentriger, interessante Gespräche geführt werden. Und auch für uns als Modulbauer, wo nicht unbedingt, wir kommen ja vom Bausektor, wir bauen ja Gebäude, nicht unbedingt das Medizinische, aber wir bauen medizinische Gebäude und die Ausstatter sind alle hier, wo wir dann praktisch mit reinbeziehen. Meine Impressionen sind sehr gut. Die Medica ist ein sehr wichtiges Branchen-Event und wir sind froh, dass wir jedes Jahr hier sein können und dürfen. Ich würde sagen, bisher läuft es hervorragend. Die Medica bietet uns als Unternehmen eine Plattform, internationales Publikum, internationale Firmen anzusprechen und jedes Jahr zu treffen. Medica, die neuen Laufzeiten von Montag bis Donnerstag, finden wir super, weil wir umso mehr Kontakte knüpfen können. Das ist top. Wir kommen zur Medica natürlich, um bestehende Geschäftskunden und Partner zu treffen und natürlich auch, um neue Geschäftskunden aufzubauen. Die Medica lief für uns dieses Jahr sehr gut. Für uns ist es sehr interessant. Wir haben ja einen Vernetzungsfall, wo wir unsere Fußschalter im OP integrieren und damit dann verschiedene medizinische Geräte ansteuern können. Und viele Besucher interessieren sich dafür und informieren sich hier an unserem Stand. Die Messe läuft bis jetzt für uns zufriedenstellend, da wir alle Kontakte, die wir bis heute erwartet haben, auch schon angetroffen haben. Deswegen können wir ein positives Feedback zu dieser Messe geben. Also die Medica ist für uns die wichtigste Messe weltweit. Erstens sind wir ein deutsches Unternehmen. Das ist unser Heimarkt. Das ist für uns sehr wichtig. Die Medica ist immer sehr gut. Dieses Jahr ist sie besonders gut. Und ich glaube auch, dass die Zeitverschiebung sich sehr gut auswirkt. Wir haben einen starken Besucherdrang, sehr viele Leute aus dem Ausland. Und für uns ist das sehr, sehr wichtig, weil 70, 80 Prozent unseres Umsatzes machen wir im Ausland. Aus diesem Grunde, ja, Pluspunkt für uns.